Der Wehrwolf Ein Wehrwolf eines Nachts entwich von Weib und Kind und sich begab an eines Dorfschullehrers Grab und bat ihn, »Bitte, beuge mich!« Der Dorfschulmeister stieg hinauf auf seines Blechschilds Messingknauf und sprach zum Wolf, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor dem Toten. »Der Wehrwolf«, sprach der gute Mann des Westwolfs Genitiv, so dann dem Wehrwolf, Dativ, wie man's nennt, den Wehrwolf, damit hat's ein End. Dem Wehrwolf schmeichelten die Felle, er rollte seine Augenbälle. »Indessen«, bat er, »Füge doch zur Einzahl auch die Mehrzahl noch!« Der Dorfschulmeister aber mußte gestehen, daß er von ihr nichts wußte. Zwar Wölfe gäb's in großer Schar, doch wer gäb's nur im Singular? Der Wolf erhob sich tränenblind, er hatte ja doch Weib und Kind. Doch da er kein Gelehrter eben, so schied er dankend und ergeben. Der Wehrwolf Ein Wolf ist ursprünglich in Geschichten schon eine Schreckensgestalt, aber der Wehrwolf die noch unermessliche Steigerung davon. Ein Wehrwolf eines Nachts entwich von Weib und Kind. Schon ist dem Wehrwolf jeder Schrecken genommen, ein Wehrwolf mit Weib und Kind, also ein braver Familienvater, aber mit einer heimlichen Leidenschaft, die er offenbar nicht zugeben darf, und darum entweicht er von der wohlschlafenden Familie. Obwohl! Nachts schlafende Wehrwölfe? Und sich begab an eines Dorfschullehrers, gab und bat ihn, bitte beuge mich. Der Dorfschullehrer soll seinem Leben einen tieferen Sinn geben. Er ist wohl die höchste intellektuelle Autorität, die der Wehrwolf in seinem Umfeld kennt, und gebeugt, also dekliniert werden, das höchste an Gelehrsamkeit, das sich der Wehrwolf für sich wünschen kann. Der Dorfschulmeister stieg hinauf auf seines Blechschilds Messingknauf. Ein Dorfschullehrer muß sich mit einem Messingschild statt mit einem Grabstein zufriedengeben. Das ist immerhin noch mehr als das Holz für das Kreuz der übrigen Dorfbewohner. Und sprach zum Wolf, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor dem Toten. Hier werden zwei Lebensträume erfüllt. Der Wehrwolf darf zu geistig Höherem aufsteigen, und der Dorfschullehrer findet eine aufgeschlossene Seele für die tiefe Gelehrsamkeit, die er mitzuteilen hat. Der Wehrwolf sprach der gute Mann, des Westwolfs genitiv so dann, dem Wehmwolf dativ, wie man's nennt, den Wehmwolf damit hat sein End. Um diesen kleinen Scherz geht es natürlich wirklich in diesem Gedicht, aber erst die Verpackung in diese anrührende Geschichte gibt ihm Qualität. Dem Wehrwolf schmeichelten die Fälle, er rollte seine Augenbälle, in dessen Bad er füge doch zur Einzahl auch die Mehrzahl noch. Was für ein wohlerzogener Wolf, wie er um Fortsetzung des gelehrten Vergnügens bittet! Der Dorffuhlmeister aber mußte gestehen, daß er von ihr nichts wußte. Zwar Wölfe gäb's in großer Schar, doch Wehr gäb's nur im Singular. Gemeinerweise im Prinzip auch noch nur im Maskulinum. Wehr ist das germanische Wort Mann, aber wir wollen nicht den Verdacht erwecken, daß man im Deutschen mit dem Wort Wehr eventuell nur nach Männlichem fragen kann, nicht daß wir auf einmal Wehr sie eher fragen müssen. Der Wolf erhob sich tränenblind, er hatte ja doch Weib und Kind. So heimlich er hier seinem Vergnügen auch nachgeht, so sehr ist ihm doch seine Familie alles. Doch da er kein Gelehrter eben, so schied er dankend und ergeben. So viel Ehrfurcht vor der Gelehrsamkeit des Dorfschullehrers, der sich ja auch Zeit seines Lebens zu höheren Berufen fühlte, rührt ein. Was ist doch so ein Wehrwolf im Vergleich zu einer rübelhaften Kinderschar für ein angenehmer Zeitgenosse? Mit dieser Erkenntnis, die die Trauer darüber überwiegt, daß er nicht alle Wünsche des Wehrwolfes erfüllen konnte, steigt der Dorfschullehrer sicher zufrieden und tief bewegt von dieser Begegnung wieder in sein Grab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aus dem geteinsen режим Untertitelung des ZDF, 2020